Wie kann ich meine Gedanken festhalten? Meine Ideen sammeln? Wenn ich mir ein Schreibprojekt vornehme, begleitet es mich durch meinen gesamten Alltag, beim Einkaufen, beim Schwimmen, einfach immer. Mein Alltag ist geprägt von zahlreichen Terminen an unterschiedlichen Orten, manchmal mit viel Reisezeit. Da ist mir wichtig, dass ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, gut nutzen kann. Sobald ich beschließe, an einem Schreibprojekt zu arbeiten, tauchen bei mir Gedanken dazu auf. Und während des gesamten Schreibens, Denkens und Arbeitens kommen neue Ansichten dazu. Gedanken vertiefen sich und die Ideen wachsen. Um das Nachdenken über mein Projekt und das Schreiben gut in meinen Alltag integrieren zu können, habe ich ein eigenes Vorgehen entwickelt. Ich nutze Notizbücher als Parkplatz für meine Ideen. Dabei habe ich nicht nur ein Notizbuch, sondern zahlreiche Bücher, in denen ich parallel arbeite. So habe ich in jeder Situation in meinem Alltag die Möglichkeit, meine Gedanken aufzuschreiben, zeit- und ortsunabhängig. Wenn ich zum Beispiel im Café, im Hörsaal oder im Büro bin und ohnehin einen Tisch habe, dann verwende ich solche Notizbücher mit weichem Einband. Bin ich unterwegs, benötige ich manchmal eine Unterlage und dann verwende ich solche Notizbücher mit einem festen Einband. Wenn ich abends weggehe, wechsle ich auf ein entsprechend kleines Notizbuchformat. Für das Schreiben im Notizbuch habe ich zwei bevorzugte Techniken, die Liste und das Cluster. Listen lege ich für alles Mögliche an, zum Beispiel für Themensammlungen oder zum Einarbeiten in mein Schreibprojekt. Sie dienen mir als rasche Möglichkeit, Gedanken festzuhalten, als einfaches Brainstorming. Für die Ideenfindungsphase beim wissenschaftlichen Schreiben habe ich immer die gleichen Listen, mit denen ich gerne beginne. Diese Listen dienen mir als Einstieg in das Nachdenken über mein Schreibprojekt. Diese Themen interessieren mich oder dazu habe ich bereits wissenschaftliche Literatur gelesen, funktionieren genauso wie das könnte ich empirisch untersuchen oder darüber haben andere bereits geschrieben. Wenn ich über ein Thema intensiver nachdenken möchte und auch etwas mehr Zeit zur Verfügung habe, dann nutze ich die Technik des Clusterns. Ein nicht-lineares Brainstorming-Verfahren, bei dem scheinbar unzusammenhängende Gedanken, noch nicht zu Ende gedachte Ideen, erfasst werden. Hier sieht man ein Beispiel für ein Cluster. Ausgehend von einem Kernwort werden weitere Gedanken notiert und immer mit einem Kreis umrundet. Zusammengehörendes wird durch Striche oder Pfeile verbunden und so entsteht ganz natürlich ein Strom an Gedankenverbindungen. So werden Assoziationsketten zum Kernwort gebündelt, es kommt zu einem Knüpfen von Ideennetzen, wie Gabriele Rico es nennt. Durch den Impuls des Kernworts und durch jeden einzelnen Kreis wird mein Denken aktiviert und intensiviert. Clustern ist für mich eine gute Technik zum Ideen sammeln. Beim wissenschaftlich Schreiben mag ich diese Technik besonders, da ich hier freier und assoziativer vorgehen kann und nicht gezwungen bin, linear oder chronologisch zu denken. Die einfache und vernetzte Anordnung der Gedanken im Cluster ermöglicht mir, Zusammenhänge zu erkennen. Das verschafft mir Klarheit und Übersicht. Zugleich schreibe ich meine Gedanken auf, halte sie am Papier fest. Auch für das Clustern beim Verfassen wissenschaftlicher Texte habe ich einige Kernworte, die ich immer wieder als Denkimpulse nutze. Was ist klärungsbedürftig an meinem Thema? Was möchte ich eigentlich wissen, herausarbeiten, zeigen, nachweisen? Welche Theorien und Begriffe spielen bei meinem Thema eine Rolle? Habe ich ein Cluster einmal erstellt, kann ich später auf meine Gedanken im Notizbuch zurückkommen und damit weiterarbeiten. Dazu werte ich das Cluster aus. Ich markiere wichtige Stellen mit einem andersfarbigen Stift, stelle Zusammenhänge her und komme so zu neuen Querverbindungen. Daher verwende ich das Cluster auch als begleitende Notiztechnik beim Lesen oder als Vorbereitung für das Schreiben meines Rohtexts. Ich gehe also in mehreren Schritten vor. Ich sammle Gedanken und Ideen und erst in einem späteren Schritt werte ich sie aus. Dazu lasse ich mein Schreiben etwas ruhen. Meine Gedanken aber, die bleiben beim Schreibprojekt. Auch wenn mein Alltag weitergeht. Die Frage ist, wie sammeln Sie Ihre Gedanken? Hier sehen Sie noch einmal die Literaturangaben dieser Episode. Kennen Sie die Herausforderung, vom Lesen ins Schreiben zu kommen? Schreibberaterin Silke Schweiger hat in der nächsten Episode eine hilfreiche Technik für Sie parat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.